Ja, ja, okay, alles klar, alles klar, alles klar. Also, also, so. Ich bin wütend über Taxifahrer, die immer in der zweiten Reihe stehen und nie blinken. Da fährst du dann und bremst und denkst, was denn? Und dann fährt der ganz langsam oder plötzlich glaubt er stehen, aber blinken die mal vorher vielleicht? Nix. Politik auch, weil die lügen. Machen den Mund auf und rauskommt Lügen. Klar, oder ist das klar, ist das klar vielleicht, dass Politiker lügen? Immer. Ich reg mich auf. Auf der Straße. Ja. Und wenn ich die Politiker höre, im Radio oder Fernsehen. Aber ich lache einfach darüber. Ich bin jetzt 50 und früher, ja, da hätte ich was gemacht. Aber jetzt, ja, man wird halt milder. Ist auch besser. Ist besser fürs Herz, wenn man milder wird. Und jetzt, obwohl, jetzt fällt mir noch was ein, wo ich wütend bin, türkische Hochzeiten. Das könnt ihr aufschreiben. Das könnt ihr aufschreiben. Ich bin selber Türke. Aber ich hasse türkische Hochzeiten. Ich hasse sie. Weil ich wohne am Ring, ja. Und immer sind die, immer sind die Autos da und fahren im Kreis. Was sagt man? Korso. Und fahren, hupen, hupen. Dann müsst ihr mal zur Polizei gehen. Türkische Hochzeiten. Am Ring. Ich hasse das nicht. Die hupen. Fahren immer im Kreis. Den ganzen Abend. Den ganzen Abend fahren die im Kreis. Die türkischen Hochzeiten. Ich bin ja selber Türke. Ist mir egal, ja. Also, aber da draußen, am Ring. Als hätten die nichts anderes zu tun. Mann, können die nicht jemand anders heiraten? Oder leiser. Und die Junggesellenabschiede sind das allerletzte. Mein Junggesellenabschied. Mein Junggesellenabschied. Den habe ich zu Hause gefeiert. Aber ganz alleine. Mein Gott. Mein Junggesellenabschied, ja. Wer nicht heiraten will, der soll es halt nicht tun. Wer denkt, es war besser früher. Ja, bitte. Dann bleib halt unverheiratet. Aber geh mir nicht auf den Sack. So. Ich habe ein. Ich habe jetzt.